Guten Abend, ich freue mich, dass wir hier sitzen. Ich habe mich lange darum bemüht, dass Charlotte mal herkommt. Und ich bin so froh, dass wir das mit dem Buch jetzt hier machen können, von dem sie mir schon vor geraumer Zeit erzählt hat. Ich bin eine große Bewunderin von Charlottes Arbeit, gerade deshalb, weil auch ich als Auslandsredakteurin angefangen habe über viele Jahre und auch eine Idee davon habe, wie schwer es ist, so eine Form von unabhängigem Journalismus, der immer lernbereit ist, zu betreiben. Und man kann da mit Charlotte Wiedemann gemeinsam auch Schritte gehen. Und das zeigt sich auch in diesem Buch. Wir werden am Anfang ein bisschen sprechen, dann wird Charlotte zwei lange Auszüge lesen und wir werden so ein bisschen hin und her schwanken und wir werden dann auch natürlich auch das Publikum, wenn es Fragen gibt, dazu einladen. Du schreibst ein Plädoyer für ein reflektiertes Abschiednehmen und Annehmen von Neuem ohne Furcht. Und das ist auch ein biografisch geprägtes Plädoyer. Also geboren in einem scheinbar homogenen Deutschland, was dessen Homogenität ja auch wesentlich auf der nationalsozialistischen Auslöschung des Judentums und anderer Mitbewohner beruhte. Gehst du, willst du eine fragmentarische Schreibweise, ein Puzzle ist angefüllt mit Gedankensplittern, aus vielen Jahren Auslandsjournalismus auch irgendwie gesammelt, nehme ich an. Der Auslandsjournalismus, der muss sich ja auch immer seiner Leserschaft hier bewusst sein in Deutschland. Warum hast du diese Schreibweise für dein Buch gewählt? Dieses fragmentarische, puzzlige... Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass der Saal voll ist. Und ich hoffe, ich kann insbesondere die Erwartungen der Studenten und Studentinnen erfüllen. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich tue mein Bestes. Ich denke, über ein so großes Thema wie den langen Abschied von der weißen Dominanz kann man nur in Bruchstücken schreiben. Also es wäre vermessen, wenn ich denken würde, ich, eine einzelne Person könnte in einem einzigen Buch, in einem einzelnen Buch, dieser ganzen Komplexität des Umbruchs, in dem wir leben und dem wir teils schon hinter uns haben, dem wir teils aber auch entgegensehen, ich könnte das bewältigen. Das kann ich natürlich nicht. Und ich habe darum die Form von so acht Miniaturen gewählt, wo immer mit einem Hashtag ein Stichwort vorweg steht, das manchmal informativ ist, manchmal aber auch etwas irreführend, bewusst irreführend. Um sozusagen eigentlich die Themen mit so Gedankensplittern zu umkreisen. Das ist vielleicht auch eine Form, die einerseits vielleicht ein bisschen schwierig ist für die Buchbranche, von der ich aber glaube, dass sie sehr leserfreundlich ist. Denn mir selber geht es oft so, dass die ganzen Bücher, die so zur Lage erscheinen und in der Regel eine starke These haben, die man nach 30 Seiten verstanden hat, und der Rest des Buches spult es dann eigentlich immer weiter, diese These. Und ich wollte etwas machen, was relativ offen ist, was auch nicht für eine bestimmte Szene geschrieben ist, also nicht für eine antirassistische Szene, wo man alles schon genau weiß und so, sondern wollte etwas Fragmentarisches und Offenes schreiben. Wenn ich deine Texte lese, habe ich manchmal das Gefühl, also jetzt gar nicht in dem Buch, schon vorher kam mir der Gedanke, ob du so eine Art geheimes Bündnis mit deiner Leserschaft hast, vielleicht auch gegen einen bestimmten Habitus, der im Auslandsjournalismus in Deutschland üblich ist. Ist das eine Beobachtung, die auch für das Buch zutrifft? Ich habe das Gefühl, der Leser, die Leserin spielt da drin eine ganz große Rolle, als deine Vorstellung von einem Leser, mit dem du sprichst. Geht das jetzt so? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, denn diese Form, wie ich jetzt geschrieben habe, das habe ich ja zum ersten Mal so gemacht. Vielleicht ist das auch etwas, was man vielleicht macht, wenn man irgendwie älter ist, wenn man in dieser Phase ist, wo man irgendwie sowieso sehr viel zweifelt und überlegt und immer hin und her und so und wo einem diese großen Thesen nicht mehr so ganz so flott irgendwie auch aus der Feder kommen, vielleicht wie 30 Jahre vorher. Bündnis mit der Leserschaft. Also ich denke eigentlich schon, ich glaube, es wird schon geschätzt, wenn man versucht, Dinge, die man jetzt in anderen Kulturen erlebt, verständlich zu vermitteln, durchaus auch mit etwas Persönlichem, aber schon auch immer mit dem Bestreben, differenziert zu sein. Also ich halte es eigentlich für falsch, wenn so oft gesagt wird, die Leute wollen das nicht so differenziert haben, die wollen das eigentlich nicht so genau wissen und man muss total vereinfachen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Nur gleichzeitig sollte man nicht kompliziert schreiben. Ich denke, man kann differenziert denken, differenziert darstellen, aber ohne, dass es nachher so ätzend zu lesen sein muss. Also das kann ich versichern. Das Buch ist gut zu lesen und leicht zu lesen. Wir fangen jetzt vielleicht mit einem ersten Abschnitt an. Da Charlotte jetzt alles umgestellt hat, können meine Fragen vielleicht nicht ganz passen, aber das macht auch nichts. Was mir auffiel bei einem deiner Kapitel, weil du ja auch sozusagen von der Perspektive Europas ausgehst und unserer Perspektive, die so verschoben ist, weil wir uns als das Zentrum wahrnehmen und ich habe dazu auch eine kleine Geschichte bei Medico, als ich anfing vor 20 Jahren, da hatte eine Kollegin, die ist auch da, Anne, in ihrem Zimmer, eine richtige Weltkarte. Und ich war auch recht verblüfft, festzustellen, dass Europa in dieser Weltkarte gar nicht so groß ist, wie ich das bisher aus allen Atlanten kannte. Also ich habe das Gefühl, dass wir alle permanent, oder auch ich, obwohl ich so lange auch mit Auslandsthemen beschäftigt bin, ich fühle mich immer in so einem nachholenden Entwickeln, zu verstehen, was eigentlich los ist, weil dieser europäische und eurozentristische Blick einen eigentlich hindert, zu verstehen, was passiert. Jetzt fang an zu lesen und dann guck mal, ob das mit dem, was ich jetzt gesagt habe, passt oder nicht. Also ich lese zunächst zwei, ein bisschen was aus dem Vorwort und aus einem kleinen anderen Teil, um einfach erstmal zu sagen, wovon das Buch eigentlich handelt. Als ich vor dem Schädel stand, es war ein Totenschädel aus Namibia, von frischen weißen Lilien umrahmt für eine würdige Heimreise, sah ich die Nummer. Der Schädel hatte eine Inventarnummer auf der Stirn, eine bläuliche Ziffernfolge, Zeichen der Ordnung auf den einzigen Regalen des deutschen Kolonialismus. Ich muss nicht erklären, wie mich eine Nummer auf einem Menschen berührt. Aber da ist noch etwas anderes und das möchte ich mitteilen, welche Chancen sich auftun, in einem solchen Moment die Chance zu verstehen, zu begreifen, uns neu zu betrachten und uns nach Möglichkeit zu befreien von dem, was wir waren und in einem gewissen Maße immer noch sind. Dies kann nur ein langer Abschied sein. Von einer Prägung, die über Jahrhunderte entstand, kann sich niemand leicht hinlösen. Abschied also, das Wort setzt voraus, dass es Abschiednehmende gibt, Handelnde. Andernfalls wäre nur von der Vertreibung aus der weißen Dominanz zu reden, ein Prozess, der ohnehin im Gange ist. Ich möchte zu einem tätigen, reflektierten Abschiednehmen ermuntern und zum Annehmen von Neuem ohne Furcht. Und dass das vielleicht auch etwas Utopisches hat, darauf bin ich ehrlich gesagt eigentlich erst durch die Einladung in diese Veranstaltungsreihe gekommen. Also das Abschiednehmen etwas Utopisches sein kann. Weiß ist mehr als eine Hautfarbe. Es handelt sich um eine soziale Position, um Haltungen und Deutungsmuster. Weiße Dominanz zeigt sich im Verbrauch von Ressourcen, in Wirtschaftsmacht und Finanzströmen, in der Deutung von Konflikten, in der Geschichtsschreibung. Auf vielen dieser Felder bricht ein neues Zeitalter an. Der Westen bestimmt nicht mehr die Ordnung der Welt und wir können anderen unsere Definitionen von Fortschritt, Entwicklung oder Feminismus nicht länger aufzwingen. Weiße Europäer und Europäerinnen müssen heute einen historischen Abstieg verkraften und sie werden das hoffentlich tun, ohne in Faschismus zu verfallen. Aber man muss die Angst vor diesem Machtverlust berücksichtigen, um zu verstehen, warum Migration und kulturelle oder religiöse Verschiedenheiten immer schwerer akzeptiert werden. Unser Weltbild und unser Bild von uns selbst stehen in einem direkten Zusammenhang. Und im Heimischen wie im Äußeren deutet alles auf Verunsicherung und Veränderung. Im globalen Maßstab ist der Machtverlust des Westens bereits so fortgeschritten, dass sich das Gefühl ausbreitet, die Welt sei aus den Fugen geraten. Die Redensacht verrät die alte Gewohnheit, uns für das Zentrum des Geschehens zu halten. Tatsächlich ist jene Ordnung aus den Fugen geraten, wie die alteingesessenen der globalen Einflussnahme sie kannten. In dem Zeitalter, das nun angebrochen ist, mag vieles nur als gewaltige Nichtordnung erscheinen. Sicher ist indes, dass ein gravierendes Ungleichgewicht in eine bessere Balance gebracht wird. 510 Millionen EU-Europäer und 325 Millionen US-Amerikaner dominieren nicht mehr die Geschicke einer Menschheit von demnächst 8 Milliarden. Die Zukunft ist nicht weiß und so wenig wir heute zu sagen vermögen, wie die Deutschen in drei oder vier Jahrzehnten aussehen werden, so wenig kennen wir unsere künftige Stellung in der sich herausbildenden multipolaren Welt. Ich lese jetzt ein paar Abschnitte, teils so ein, was ich eben sagte, so ein Hashtag, teils aber auch nur ein Teil davon, mit denen ich zeigen will, welche langen Linien unserer Prägung wir haben. In dem zweiten Leseteil komme ich dann mehr auf das Internationale. Ich dachte immer, es regnet ja draußen und man kann hier ein bisschen länger sitzen bleiben und ein bisschen mehr hören. Bei allem, was sich in Deutschland durch Neuankommende verändert hat, scheint mir dies das Bemerkenswerteste, unser Verständnis von drinnen und draußen, von privat und öffentlich. Früher setzte sich niemand zum Essen auf die Straße. Ein ordentlicher deutscher Bäcker wäre nicht auf die Idee gekommen, Tisch und Stühle vor seinen Laden zu stellen und als türkische Familien in deutschen Parks zu grillen begannen, war das mancherorts noch verboten. Jedenfalls galt es als unzivilisiert, im Stadtraum öffentlich herumzuliegen. Als Kind hörte ich, Zitat, nur Zigeuner und Hottentotten lagerten im Freien. Hottentotten war ein lustiges Wort. Ich verband seinen Klang mit dem Schottenrock in meinem Kleiderschrank und stellte mir kariert gemusterte Menschen vor, die alles durcheinander warfen, denn auch in unaufgeräumten Zimmern sah es aus wie bei Hottentotten. Waren sich die Erwachsenen damals des dunklen Hintergrundes bewusst, der Beziehung zu einem kolonialen Völkermord? Das Wort Hottentotten wurde von burischen Siedlern im südlichen Afrika erfunden und dann von deutschen Kolonisten übernommen. Die Bezeichnung verspottete die Sprache von Einheimischen, die sich selbst Koi-Koi nannten, wahre Menschen. Zu ihnen zählten die Nama. Sie wurden neben den Herero Anfang des 20. Jahrhunderts Opfer eines Vernichtungskriegs durch das deutsche Kolonialmilitär. Wie viel Grauen hinter einem glockenhellen Kinderbord? Und ist es Zufall, dass alte sprachliche Metaphern für Ordnung und Durcheinander wie in einer Judenschule mit jeden Menschen assoziiert sind, für die unsere Vorfahren jeweils eine Ordnung der Endlösung ersonnen haben? Es gibt ältere Deutsche, die sich aus dem vermeintlich unschuldigen Wortschatz ihrer Kindertage immer noch nicht vertreiben lassen möchten. Als Schimpfwort für das Herumlungern im Freien haben die Hottentotten ihnen das ausgedient. So markiert das Wort unabsichtlich, wo die Deutschen noch ganz die Alten sind und wo sie neue Deutsche sind, verändert, auch durch die Einwanderung. Und tatsächlich ist die profundeste Veränderung diese. Man darf öffentlich faul sein, darf sich beim Nichtstun zusehen lassen. Es hat sich ja keineswegs nur die Gastronomie gewandelt, sondern eine seelische Disposition. Die Deutschen haben eine Genusskultur entwickelt und eine öffentlich zelebrierte Bereitschaft zur Lebensfreude, die sie sich früher nicht zugestanden hätten. Halt, warnt mich da eine Stimme. Hast du nicht wieder die Vorgeschichte übersehen und deine eigene Lebenszeit absolut gesetzt? In der Tat, ich hatte übersehen, was es vor 1933 gab, etwa den Luna Park am Stadtrand von Berlin, wo man sich massenhaft vergnügte, bis der Park im Nationalsozialismus zum Schandfleck wurde. Indem heute die Mauern unserer Häuser durchlässiger geworden sind, haben wir uns vielleicht dank Einwanderung etwas wiedergeholt, was wir schon einmal kannten, bevor es wie die Heterogenität der Herkünfte ausgelöscht wurde. Wir können diese Entwicklung aber auch anders lesen, denn dies ist ja eine Zeit, da wir vermehrt Mauern bauen, um den Lebensraum, in dem wir es uns nun auch öffentlich gemütlich gemacht haben, vor anderen zu schützen. Die Grenze zwischen drinnen und draußen wird anders gezogen, weiter vorne, jenseits unseres Vorgartens. Das Haus, sagen Ethnologen, ist eine Urform der Unterscheidung von Vertrautem und Fremden, von mein und dein, ein Zeichen von Aneignung, von Vergewisserung, von dazugehören. Auch wenn wir selbst nun vermehrt draußen leben, nennen wir die Häuser ärmerer Völker, bevorzugt afrikanischer, immer noch gern Hütte. Wir belegen ihnen nicht zu, dass sie genauso wie wir eine klare Ordnung von Vertrautem und Fremdem haben. Ihre Hütten erscheinen uns als Symbol für das zerbrechliche, provisorische. Sie zeigen an, dass ihre Besitzer immer in einem quasi draußen leben, in einer Zone von hottentotischer Undefiniertheit. In dieser Welt sind die Zeichen nicht so lesbar wie in der unsrigen. Diese Welt ist schon in ihrer allerersten Grundstruktur einfach anders und sie soll es bleiben. Hashtag Selbstverwundung Ich glaubte einiges über die Geschichte des Rassismus zu wissen, bis ich ein Werk über die sogenannten Völkerschauen in die Hände bekam. Es handelte sich um Ausstellungen, bei denen Menschen außereuropäischer Kulturen als vermeintlich wilde in Gehegen präsentiert wurden. Dass es derartiges gegeben hatte, war mir bewusst, doch hatte ich keine Ahnung von den Dimensionen. Vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden 35.000 Menschen aus den entlegensten Winkeln der Erde verschleppt oder mit falschen Versprechen auf Schiffe gelockt und sie wurden auf der anderen Seite der Maschendrahtzäune von fast anderthalb Milliarden Menschen betrachtet. Diese letztere Zahl wirkt unfassbar hoch, aber sie wurde im jahrelange Arbeit von einer internationalen Forschergruppe unter Leitung des Pariser Centre National de la Recherche Scientifique erhoben. Es handelte sich um Massenunterhaltung, um die Popkultur des 19. Jahrhunderts. Das Gros der Ausstellungen fand in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz statt. In Hamburg, wo Karl Hagenbeck früh den lukrativen Geschäftszweig entdeckt hatte, kamen innerhalb weniger Wochen eine Million Besucher, die gesamte Stadt auf Familienausflug. Außer in Europa wurden Menschenzoos in geringerem Umfang in den USA veranstaltet, sowie als einzigen nicht westlichem Land in Japan, das einen speziellen Rassehochmut gegenüber anderen Asiaten hegte. Um ihre Wildheit unter Beweis zu stellen, wurden die Ausgestellten zu bestimmten Verhaltensweisen gezwungen. Sie mussten Schreie ausstoßen, die kannibalisch wirken sollten und Frauen ließ man öffentlich gebären. Das Publikum hielt die Inszenierungen für die tatsächliche Lebensweise dieser Völker. Oft wurden die Menschengehege an der Seite von Tiergehegen in zoologischen Gärten präsentiert. In Frankreich Frankreich hatte exotische Tiere zuvor in einer königlichen Menagerie gehalten, zum Ergötzen des Adels. Die französische Revolution setzte der Exklusivität ein Ende und überführte die Tiere in einen öffentlichen Garten. Andere europäische Länder folgten dem Beispiel. Der Citoyen durfte nun betrachten, was vorher der Aristokratie vorbehalten war und er betrachtete Menschen, die definitiv keine Citoyen waren. Das Versprechen der französischen Revolution auf Freiheit und Gleichheit erstreckte sich nicht auf die Angehörigen verachteter Kulturen. Im Gegenteil, die Zuschauer versicherten sich vor dem Zaun ihrer eigenen Modernität. Die Menschenschauen waren in allen beteiligten Ländern besonders in Zeiten starken sozialen Wandels beliebt, als neue Verkehrsmittel aufkamen und sich Arbeit und Leben beschleunigten. Durch die Umbrüche fühlten sich viele auf schwankenden Grund. Sie stärkten ihre Identität beim Anblick vermeintlicher Primitiver. Es handelte sich um einen Mechanismus, wie wir ihn auch in diesen Tagen kennen, das Bedürfnis, Differenz zu konstruieren durch die Herabsetzung des Gegenübers. Das Ende der Menschenzoos fällt nicht zufällig in die Epoche beginnender Unruhen in den Kolonien, wo nun der dortige Citoyen und die Citoyen das Wort ergreifen. Fast nichts ist bekannt über die Empfindungen derer, die zum Objekt der Betrachtung gemacht wurden. Erst in jüngster Zeit werden Erinnerungen geborgen, die über Generationen mündlich weitergetragen wurden. Um bei der Weltausstellung 1931 in Paris aufzutreten, meldeten sich in Neukaledonien junge gebildete Kanacken freiwillig. Sie sahen sich als reisende Botschafter ihrer Kultur. Wie sehr sie sich geirrt hatten, wurde ihnen während der Überfahrt bewusst. Die fließend französisch Sprechenden sollten ein Dialekt erlernen, der nach Wildheit klang. Einigen gelang es von der Weltausstellung zu fliehen mit der Metro. Wir haben uns angewöhnt, Verbrechen an Todeszahlen zu messen. Die Zahl derer, die bei Menschenschauen zu Tode kamen, durch Krankheit, Kälte oder weil sie sich das Leben nahmen, mag vergleichsweise überschaubar sein. Verstörender ist für mich, für wie viele Menschen die Dehumanisierung des Mitmenschen eine Belustigung darstellte. Ohne die eigentlichen Opfer missachten zu wollen, scheint mir hier eine weiße Selbstverwundung vorzuliegen, deren Ausmaß ich gar nicht überblicken kann. So wie es ein Kulturerbe der Menschheit gibt, das unabhängig vom Ort seiner Entstehung alle reklamieren können, so gibt es auch ein Erbe der Unkultur. Es verletzt einen jeden, unabhängig vom Ort und der geografischen Ferne. Diese Taten zerstören etwas, sie zerreißen ein Gewebe, von dem wir dachten, dass es Menschen verbinde. In diesem Sinne lastet der Schaden der Menschen Zoos auf uns allen. Hashtag dunkles Begehren Doris Lessing beschreibt in ihrem Erstlingsroman, der im spätkolonialen Rhodesian spielt, wie eine Farmersfrau im Milieu bitterarmer weißer Siedler darüber wahnsinnig wird, ihren schwarzen Bediensteten begehrenswert zu finden. Es gelingt der Figur Mary Turner nicht mehr, jene Distanz zu wahren, die bei den Kolonisten eine essentielle Aufgabe der Frau ist. Sie darf den Houseboy, der sich viele Stunden des Tages in ihrer Nähe befindet, keinesfalls als Menschen behandeln, sonst bricht ein Damm, der für die koloniale Hierarchie überlebenswichtig ist. Noch die Ärmsten und Schwächsten unter den Weißen müssen unangefochten über den Schwarzen stehen. Zermürbt von Schulden, von Einsamkeit und von einer Ehe, die sie anwidert, verfängt sich Mary Turner gegenüber ihrem selbstbewussten schwarzen Bediensteten immer mehr in einem Dickicht aus Angst und Hass, Begehren und Selbsthass. Die afrikanische Tragödie 1950 erschienen, ist ein hellsichtiges Werk über Rassen und Klassenbeziehungen, verfasst von einer jungen Frau, als sie Ende 20 war. Loris Lessing kennt das Leben armer weißer Siedler aus eigener Anschauung. Ihre Eltern haben sich, wie zahlreiche Briten, die in den 1920er Jahren im Mutterland keine Arbeit fanden, Richtung Kolonien eingeschifft, in der Hoffnung, dort etwas aufbauen zu können. Vom Grund und Boden, den ihnen die Kolonialverwaltung zuweist, ist die schwarze Bevölkerung zuvor vertrieben worden. Trockenes Buschland, eine strohgedeckte Baracke, die nächsten weißen Nachbarn weit entfernt. Die schwarzen Farmgehilfen kommen nur widerwillig, sie brauchen den Lohn, um eine Kopfsteuer zu bezahlen, die ihnen auferlegt wurde, um sie zur Arbeit für die Weißen zu zwingen. In diesen vergifteten Verhältnissen liegt auf der weißen Frau die Last der Grenzziehung. Ihr Verhalten muss die letzte Barrikade verteidigen, dahinter droht der Abstieg ins Bodenlose, in die Welt der Schwarzen. Und weil der Abstand zwischen weißer Armut und schwarzer Armut bei Licht betrachtet gar nicht so groß ist, muss er ideologisch und psychologisch umso gewaltiger sein. Diese eigentümliche Verkettung von Rassismus, Geschlecht und sozialer Frage hat Doris Lessing früh erkannt. Im Roman ist Mary Turner Täterin ebenso wie Opfer. Die Erinnerung Im Roman ist Mary Turner Täterin ebenso wie Opfer. Die Ambivalenz der Beziehung wird nicht verdrängt. Männliche Sexualität und Nationalismus stehen in einer alten Verbindung, nicht nur in der weißen Kultur. Die Frau ist in dieser Logik ein Synonym für Reinheit, Heimat, Nation und das eigene Territorium. Im Kontext ethnischer Konflikte stellt sie selbst eine Art sexuell umkämpftes Gelände dar. Diese uralten Schemata wirken bis in die Turbulenzen der heutigen Einwanderungsgesellschaft hinein. Und sie helfen zu verstehen, warum sexuelle Delikte von Flüchtlingen, tatsächliche und vermeintliche, ein so wirksames Propagandathema der Rechten sind, gerade im Bewusstsein von Menschen, die selbst unter Benachteiligung und Abstiegsängsten leiden. Eine ideologische Gratifikation als Ersatz für tatsächliche soziale Chancen. Max Weber benutzte dafür den Begriff ethnische Ehre, die unabhängig vom sozialen Status allen zugänglich sei, die sich einer höherwertig erachteten Abstammungsgemeinschaft zugehörig fühlten. Der afroamerikanische Soziologe Du Bois sprach im gleichen Zusammenhang vom psychologischen Lohn für arme weiße Arbeiter. In der deutschen Sozialdemokratie des Kaiserreichs, dem Kolonialismus überwiegend zugetan, nahm man diesen Zuschlag anscheinend für bare Münze und scheitert die Partei nicht bis heute daran, das Soziale in einer Gesellschaft der Vielfalt überzeugend zu deklinieren? So, als letztes für diesen Teil was ganz kleines Hashtag wer spricht? Bin ich die richtige Person, um ein Buch über den Abschied von der weißen Dominanz zu schreiben? Woher die Kompetenz für Beobachtung und Analyse stammt, ist heute umstrittener denn je. Herkunft aus einer nicht-weißen Kultur, auch wenn sie ein oder zwei Generationen zurückliegt, gilt als Kompetenzsockel für Interkulturelles, während Schriften aus weißer Feder für manche günstigstenfalls die liberale Variante weißen Herrschaftswissens darstellen. Meine Kompetenz beruht darauf, dass ich etwas von der Welt gesehen und das Gesehene in vielen Durchgängen reflektiert habe. Es scheint mir nicht ratsam, weltbürgerliches Wissen und Kosmopolitismus abzuwerten zugunsten eines Antirassismus, der sich vorwiegend aus Betroffenheit speist. Das wäre ein provinzieller Antirassismus. Zurecht kann man mir vorhalten, ich hätte nur aufgrund meiner privilegierten Position als europäische Journalistin, der hat viel von der Welt sehen können. Es scheint mir jedoch entscheidend, was man daraus macht. Privilegien verpflichten. Und die selbsternannte Elite weißer Kosmopoliten wird ohnehin rasant ersetzt durch Kosmopoliten of color. Wenn wir noch etwas sagen wollen, müssen wir uns beeilen. Auf einer viel persönlicheren und weniger sichtbaren Ebene empfinde ich allerdings das Privileg, eine Bewohnerin der reichen weißen Welt zu sein mit brennender Schärfe. Meine zwei Krebserkrankungen hätte ich in vielen Ländern nicht überstanden. Als Malierin wäre ich längst tot. Das darf ich da eine Frage noch stellen, weil ich habe eines angestrichen beim Lesen, ein unbewusstes Weißsein, was sozusagen du bewusst uns bewusst machen willst oder worüber wir uns bewusst werden sollten. Ist das die Voraussetzung für auch so einen politischen Begriff wie Universalität der Menschenrechte? Das kommt ja bei dir jetzt nicht sehr vor. Wir haben ja immer mit politischen Kategorien gearbeitet in der Hoffnung damit für alle zu sprechen. Jetzt lese ich in deinem Buch eigentlich eher einen Versuch zu sagen, wir müssen uns unseres Weißseins und unserer Dominanz bewusst sein und dann gibt es vielleicht auch politische Kategorien, mit denen man für alle arbeiten kann. Also ich lasse mich von dir nicht dahin locken von dieser Partikeldenkweise, abzugehen und uns so Generalthesen aufzustellen. Ich kann darauf so nicht antworten. Ich kann dir wieder nur zwei Partikel als Antwort geben. Die eine ist die, dass ich an einer anderen Stelle des Buches schreibe, wie sehr sich das Verständnis von Menschenrechten auseinander entwickelt hat zwischen dem globalen Süden und jedenfalls dem reichen Teil der westlichen Welt in Bezug auf individuelle Rechte und kollektive Rechte, soziale Rechte und so weiter. Das ist wahrscheinlich hier so bekannt, dass man das gar nicht zu sagen braucht. Aber das würde ich erst mal trennen davon, wie wir als Menschen, die, ob wir es uns bewusst sind oder nicht, eben doch geprägt sind von diesem ganzen jahrhundertelangen Europäer sein, dieser Art, wie wir uns dessen bewusst werden und was wir daraus machen. Es geht ja auch für mich jetzt nicht einfach darum, um ein Bewusstwerden, damit wir alle noch bewusster, älter werden und dann irgendwann sterben, sondern ich denke mal, dass wir dem, was ja von Rechtsaußen an Weißsein vorgeführt wird, siehe Halle, siehe Neuseeland, dass man darauf auch Antworten geben muss, die eben, wo wir uns auch nicht hinter Leuten mit Migrationshintergrund oder anderen antirassistischen Aktivisten verstecken können. Also ich denke, wir sind in einer gewissen Weise heute in unserem Weißsein gefordert. Das hätte ich vor einigen Jahren noch überhaupt nicht so gesagt. Also ich habe eigentlich sehr lange, habe ich eigentlich immer versucht, auch alle Farben, auch immer im journalistischen Schreiben eigentlich zu vermeiden, weil mir immer noch in Erinnerung war, so alte Schollaturtexte über Afrika, wo es immer hieß und der Schwarze kommt um die Ecke. Und ich habe eigentlich immer gedacht, man vermeidet das alles, genauso wie ich, wenn ich in einem muslimischen Land bin, ja nicht schreibe, der Muslim kommt um die Ecke, sondern der hat einen Beruf oder er hat irgendetwas. Also diese generellen Zuweisungen zu vermeiden, das finde ich auf der einen Seite auch weiterhin richtig und es gibt auch Genres, wo ich das weiter so praktiziere, aber parallel dazu bin ich jetzt eigentlich in den letzten Jahren dazu gekommen, zu sagen, also wir werden, wir sind als Weiße herausgefordert und wir müssen uns dazu stellen, auch gerade um dann irgendwann diese ganze Sache mal überwinden zu können, müssen wir uns dem aber erst mal stellen. Wir können uns auch nicht verstecken hinter Leuten, die sozusagen die ersten Opfer dieser Art von Weißsein sind, also Migranten, religiöse Minderheiten und so weiter. Das schließt vielleicht nochmal an die Frage, weil ich glaube, du wolltest jetzt nicht das Kapitel von den Kulturgütern vorlesen, das hast du ja wieder geschrieben, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, weil das sind ja auch so Momente von, es gibt ein Thema, wir haben bei Medico in den 90er Jahren uns schon beschäftigt mit der Forderung nach Rückgabe der Kulturgüter, es gab viele Debatten, damals war die, wenn ich das richtig sehe, die Museumsfront relativ klar, dass man das ja nicht machen kann, weil man das denen nicht zurückgeben kann etc., weil die können, da passen ja nicht gut drauf auf und jetzt merke ich, es kommt eine ganz andere Debatte, in der ja doch auch dieses unbewusste Weißsein oder sich darüber bewusst werden vielleicht eine andere Rolle spielt, dass man so nicht mehr damit umgehen kann, also gibt es auch so eine Art Wellenbewegung der Veränderung, was ja vielleicht auch was utopisch Positives wäre. Ich denke schon, dass es so ist, dass sich viel mehr Menschen, auch so aus der bürgerlichen Mitte, heute mancher Dinge bewusst sind, der sie sich vor einigen Jahren noch nicht bewusst waren. Und ich denke, die Museen sind da ein Beispiel. Ob das jetzt so ist, dass das sozusagen aus voller Überzeugung eine Veränderung ist oder ob man einfach vielleicht einem gewissen Forderung und der Öffentlichkeit damit einfach nur Rechnung trägt, ist mir erstmal egal. Also ich nehme mal das Beispiel Bremen, wo ich das Bremer Überseemuseum, das klassische große Kolonialmuseum in der Vergangenheit, wo ich mal in einem Beirat war für eine Neue Afrika Ausstellung und wo ich damals immer so ganz zaghaft gesagt habe, ja, aber ich bin Angeshof für Restitution und so. Und ich mich dann aber auch ziemlich schnell habe abbürsten lassen von der Museumsdirektorin und die ganze Frage, wo kommt die Sammlung eigentlich her, naja, wurde gesagt, ist ja schon so wichtig und da hat es auch mal eine Dissertation zugegeben und die steht da irgendwo und dann war es gelaufen. Und jetzt macht man eine neue Dauerausstellung, die wird in diesen Tagen eröffnet, zur Geschichte der eigenen Sammlung unter der gleichen Museumsleiterin. Das finde ich toll. Das finde ich toll. Also es gibt auch Fortschritt, es ist ja nicht nur so, dass wir sozusagen mehr Rassismus, schrofferen Rassismus, offenen, aggressiven Rassismus erleben, sondern wir erleben auch Bewusstwerdung. Und deshalb bin ich auch nicht so pessimistisch, wie manche Leute sind. Und deshalb denke ich auch, dass natürlich der Abschied von der weißen Dominanz sozusagen als großes Projekt erstmal was Utopisches ist. Aber ich traue mich ja überhaupt irgendwie das Wort in den Mund zu nehmen, weil ich schon sehe, dass eine ganze Reihe von Leuten sind unterwegs. Es ist ja auch eine ziemliche Entdeckungsreise, das kann man auch in deinem Buch erkennen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich bin auch überrascht, dass du sagst, dass du selber das auch jetzt die letzten Jahre erst so reflektierst, weil ich auch das Gefühl habe, was ist mit mir los? Ich lese Clisson, denke ich, mein Gott, den zitierst du auch, Edouard Clisson, ein wunderbarer karibischer Philosoph, der super Ideen zur Krealisierung der Welt hat und zu ganz anderen Denkweisen und den Gott, oh Gott, 1990 geschrieben und ich nehme, dass 2019 war, was ist los? Laufen wir da irgendwas hinterher? Was haben wir hier nicht gemerkt in Deutschland? Oder ist das generell ein Nicht-Wahrnehmung? Aber ich habe das Gefühl, es hat auch was mit der Debatte in Deutschland zu tun. Ja, also wir kommen glaube ich ein bisschen später nochmal auf die Frage, was das speziell Deutsche auch dabei ist, inwieweit eben die Fokussierung auf die Schoah anderes auch sozusagen so in den Hintergrund gerückt hat. Aber ich wollte gerade noch sagen, ich denke, es gibt auf jeden Fall eine große nachholende Debatte hier, die zum Teil leider auch so Züge einer Kopie hat. Es wird vieles eben aus dem US-amerikanischen oder speziell afroamerikanischen Diskurs dann irgendwie hier kopiert, wobei wir ja eine andere Ausgangslage der Gesellschaft haben. Wir haben natürlich nicht diese schroffen sozusagen Schwarz-Weiß-Konfrontationen, sondern wir haben halt eine sehr, sehr, sehr gemischte Einwanderungsgesellschaft. Das andere ist aber auch, dass ich auch beim Schreiben des Buches eigentlich immer wieder sehr erstaunt war, was alles vor 20 Jahren schon gedacht worden ist. Auch die ganze Kritik jetzt an einem, an dieser europäischen, an diesem Beharren auf der europäischen Zentralperspektive oder eben auch, was Thomas Gebauer anfänglich ansprach, jetzt dieses zwei, die zwei Europas, also die Janus-köpfige Aufklärung und all das ist alles schon vor 20, 30 Jahren irgendwie kritisiert worden und zum Teil aber dann hier auch nur von Miniverlagen verlegt worden und es kommt zum Teil jetzt ein bisschen mehr so in den Mainstream, oft mit 20 Jahren Verspätung. Und ich muss sagen, auch ich selber habe vieles früher nicht wahrgenommen, man war mit bestimmten Dingen beschäftigt und ich mache es hier im Buch an einer sozusagen Persönlichkeit der Berliner afrodiasporischen Zeitgeschichte, Mai Ayyem, nach der auch ein kleines Stück Straße benannt ist und die ich nie getroffen habe. Sie ist früh gestorben, sie hat sich das Leben genommen und ich weiß, aber ich glaube, wenn ich sie getroffen hätte in den 90er Jahren, ich wäre überhaupt noch nicht bereit für ein Gespräch mit ihr gewesen, so wie ich es vielleicht heute gerne führen würde. Also ich selber kann auch nicht genau auseinanderhalten, was ist sozusagen bei einem, was ist autobiografisch und was ist sozusagen Epoche oder Zeitgeist, um es blöd zu sagen, oder Entwicklung. Das ist manchmal schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir auf sehr vieles eigentlich jetzt neu drauf gucken können und das ist letztendlich das, was ich in dem Buch ständig tue, dass ich auch auf mein eigenes Leben, meine Kindheit, meine Schulzeit, da nochmal neu drauf gucke. Aber natürlich weiß ich nicht, inwieweit das nicht auch eine Altersgeschichte ist. Das kann man natürlich jetzt nicht, davon kann man ja nicht absehen. Vielleicht sind uns ja auch alte Begriffe abhandengekommen und wir sind auf der Suche nach neuen und da entdecken wir die Sachen besser spät als nie. Jetzt liest du deinen zweiten Teil. Genau, also ich lese jetzt ein bisschen was zu so ein paar internationalen Verschiebungen. Hashtag Visionen von Bewegung so wie die Gewalt von der vorher die Rede war, so wie die Gewalt unsere Räume nicht als Eindringling betritt, sondern stets in unserer Mitte war, als Teil von uns selbst und des europäischen Handelns, so ist auch das Wanderungsgeschehen nichts, was außerhalb von uns selbst existiert. Und wie sich gegenwärtige Gewalt auf manchen Bühnen abspielt, die früher von europäischer Politik gezimmert wurden, so können wir auch heutige Migrationen als Folge früherer Bewegungen sehen. Jedenfalls versuchsweise könnten wir das tun und zwar keineswegs unter dem Aspekt von Schuld, sondern um eine neue Blickrichtung zu erproben. Was geschieht, wenn wir den Sklavenhandel als erzwungene Migration betrachten? Ich muss gestehen, dass ich darauf lange nicht gekommen bin, auch nicht, als ich auf der Insel Goree stand, einem felsigen Eiland, 20 Fährminuten von der Küste Senegals entfernt. Die Natur hat hier in den Wellen des Atlantiks einen sicheren Ankerplatz geschaffen und der Mensch hat daraus ein Zwischenlager beim Handel mit versklavten Mitmenschen gemacht. Portugiesen, später Niederländer, Engländer, Franzosen, alle waren einmal auf Goree. Flache, hübsche Villen, von einem der Keller können Besucher bis zu einer Pforte aus Felsgestein gehen, von hier wurden die Gefangenen auf Schiffe gestoßen. Ich blickte durch diese sogenannte Tür ohne Wiederkehr auf das offene Meer hinaus, der Atlantik war grau an diesem Tag und ich konnte mir nichts vorstellen. Großverbrechen bergen die Gefahr, dass sie einen nicht berühren, weil man innerlich auf etwas wartet, das sich nicht einstellt. Endlich mag es Jugendlichen gehen, die zwischen den Betonmeilern des Berliner Holocaust Mahnmals Verstecken spielen. Später hat mich etwas berührt. Es hatte mit Technik zu tun und mit Vorstellungsvermögen. Beim US-amerikanischen Online-Magazin Slate fand ich eine interaktive Darstellung der Routen des transatlantischen Sklavenhandels. Die Schiffe sind schwarze Punkte, die über das Meer von Ost nach West rasen, Atlantikküste, hinüber zum nordamerikanischen Festland und in größerer Zahl in die Karibik und nach Brasilien. In zwei Minuten Animation rauschten 315 Jahre Sklavenhandel vorbei zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert mit 20. 528 Schiffen, auf denen sich 12 Millionen Menschen befanden. Man kann den Fluss der Bewegung anhalten und einzelne Schiffe anklicken, um Namen, Zielhafen und anderes zu erfahren. Was wir Sklavenhandel nennen, zerfällt auf diese Weise in das, was es einmal war. Reisen, Bewegung, eine der größten erzwungenen Bewegungen von Menschen in der Geschichte. Für die europäischen Händler jener Zeit waren dies Versklavten eine Ware wie Weizen oder Zucker. Weizen wird transportiert, aber Menschen machen Reisen. Von erzwungenen Reisen, erzwungener Mobilität zu sprechen, holt die Opfer aus dem Laderaum und macht Verbindungen sichtbar. So wie es uns heute unvorstellbar erscheint, dass zwölf Millionen Afrikaner einmal in Schiffe gepfercht wurden, um sie am anderen Ende des Atlantiks, sofern sie die Überfahrt überlebten, an Land zu stoßen, so wenig vermag unsere Fantasie zu bebildern, was künftig Massenwanderung bedeutet. Diesmal nicht erzwungen, sondern motiviert von der Überzeugung, dass solche Bewegungen ein Recht sind, das nicht dadurch verwirkt wird, dass viele es in Anspruch nehmen. Und so wie Versklavung und Entrechtung das Merkmal früherer Jahrhunderte waren, mag die nähere Zukunft vom Nehmen von Rechten geprägt sein, von Aneignung. Ein Vorzeichen war, wie Honduraner zu Tausenden durch mehrere Staaten bis zur US-Grenze marschierten. Nachrichtensendungen zeigten über Wochen mit einer Grafik, welche Route bereits hinter den Marschierenden lag und lösten beim Zuschauer den Eindruck aus, etwas Neuem, noch nicht Dagewesenem beizuwohnen. Gegen diese Männer, Frauen und Kinder Militär aufziehen zu lassen, wurde von vielen als unangemessen empfunden. Der Marsch, eine Mischform aus Wanderung und Demonstration hatte das Tor zu einem anderen Rechtsempfinden geöffnet, bei den Teilnehmenden ebenso wie bei manchen Beobachtern. Weltgedächtnis Ein Jahrhundert ist seit dem Verlust der deutschen Kolonialgebiete vergangen und nun erst rückt so richtig ins Bewusstsein, dass es überhaupt einen deutschen Kolonialismus gegeben hat. Das ist ein erstaunlicher Vorgang. Er wirft ein Licht darauf, wie seltsam Erinnerung und Gedächtnis beschaffen sind. Zögerlich zwar, doch mit schleppender Unaufhaltsamkeit kommt eine Ahnung auf. Damals sind Dinge geschehen, die uns heute angehen, denen wir uns stellen müssen. ethnologische Sammlungen eben noch stolz präsentiert, stehen nun im Ruf, problembeladen zu sein. Und was vorgestern unmöglich schien, nämlich die Herkunft tausender außereuropäischer Kunstobjekte zu erforschen, geschieht nun allenthalben. Ein neues Zeitalter ist angebrochen und die Ursache dafür findet sich im Inneren wie im Äußeren, in einer veränderten Gesellschaft vor der Haustür und in weltweiten Umbrüchen. Wer sich gegen heutigen Rassismus wendet, kann den historischen Rassismus der Kolonialepoche kaum übersehen. Und wie ein Wind, der um den Globus fegt, werden nun Forderungen ehemals kolonisierter laut. Nach Anerkennung von Schuld, nach Rückgabe von Geraubten, nach Entschädigung für Erlittenes. Es geht also nicht allein um dies oder jene Skulptur, sondern wie der Historiker Bernhard Gishebel formuliert, Zitat, um Rechtschaffensfähigkeit in einer globalisierten Welt und einer kulturell vielfältigen Gesellschaft. Noch weiß niemand, wohin die Aufarbeitung führen wird und was Shared History, eine gemeinschaftliche Geschichtsbetrachtung von Täter- und Opferseite, wirklich bedeutet. Die Welt, in der sich Europäer zwischen 1500 und 1960 bewegten, war überwiegend kolonial strukturiert. Legt das auf alles nun einen Schatten? Emil Nolde malte 1913 in einer pazifischen Kolonie nach eigenem Bekunden mit einem entsicherten Revolver an seiner Seite. Hashtag postkoloniale Globalisierung Darauf hat Katja die ganze Zeit gewartet, dass ich das endlich lese. In dem amerikanischen Actionfilm Black Panther stürmt ein Kommando von Afrikanern in ein Museum, das dem British Museum in London verdächtig ähnlich sieht. Die Angreifer zerschlagen das Glas einer Vitrine und Bergen, die Kunstobjekte ihrer Vorfahren. Eine Weile später erscheint eine Abordnung von Bewohnern der Osterinsel im echten British Museum, um eine zweieinhalb Meter hohe Basaltstatue zurückzufordern, ein dominierendes Exponat der Eingangshalle. Für die Indigenen der Osterinsel, die mit richtigem Namen Rapanui heißt, gehört die Statue zur Familie, eine Ahnenfigur, die sich missbräuchlich seit 1869 in England aufhält. Und sie steht übrigens immer noch ohne einen einzigen Hinweis auf eine Rückforderung dort. Ich war im Sommer dort, da war das Buch schon geschrieben und hätte man das nicht gewusst, hätte man keinen einzigen kleinen Hinweis gefunden. Das ist das British Museum. Da hat der Abschied von der weißen Dominanz noch überhaupt nicht begonnen. In welchem Zusammenhang stehen diese beiden Szenen? Hat das Fiktive das Reale ermuntert? Oder hat der Film nur dramaturgisch zugespitzt, was auf andere Weise längst geschieht? Jedenfalls handelt es sich um zwei verbundene Ereignisse, um zwei Knotenpunkte in einem unsichtbaren und von niemandem beherrschten Netzwerk, das über große Entfernungen immer mehr Beteiligte an den verschiedensten Orten der Welt in Beziehung setzt. Einzelne Communities, gelegentlich sogar Regierungen des globalen Südens. Manche nennen dies eine postkoloniale Globalisierung. Womöglich ist der Begriff verfrüht, aber das schadet nicht, denn er benennt den Beginn von etwas Neuem, einem transkulturellen Prozess, kennzeichnend für das aufkommende nachwestliche Zeitalter. Einige Jahre bevor die Abordnung von der Osterinsel im British Museum auftauchte, gelang es Indigenen aus Bolivien, eine 2000 Jahre alte kleine Steinfigur von einem Museum in Bern zurückzubekommen. Ein Schweizer Forscher hatte diese Darstellung einer Gottheit früher angeblich für ein Glas Cognac erhandelt. Ihre Heimkehr wurde in Bolivien mit einer Parade begangen. Man erkennt hier ein Muster, das gleichfalls bei anderen Rückerstattungen sichtbar wird. Die geraubten oder unfäh erhandelten Objekte haben für ihre Herkunftsgesellschaften eine ganz andere Bedeutung als für ihre zeitweiligen Wärter auf fremder Erde. Und es findet sich genau hier eine erste Antwort auf die Frage warum jetzt? Warum werden es jetzt all diese Forderungen nach Rückerstattung von Entwendetem und nach Entschädigung für Erlittenes erhoben und warum mit so viel Zorn? Weil sich die Bewertung geändert hat. Genauer gesagt, weil Wertigkeiten wieder virtuelle materielle und weil sich immer mehr Communities einer Unerträglichkeit bewusst werden, wie lange sie nämlich ihre Gottheiten, Schädel, Ahnenfiguren, ihr Kulturerbe und ebenso ihre Erinnerung an große Schmerzen in der Kälte gelassen haben, der Kälte falscher Orte, falscher Namen, der Kälte der Missachtung. Objekte heimzuholen ist Teil eines umfangreichen Prozesses von Selbstheilung und Selbstermächtigung, der je nach Kontext intellektuelle, identitäre oder politische Züge tragen kann. Die Signale des neuen postkolonialen Erwachens verstärken einander gegenseitig, nicht nur, weil sich alle im Echoraum des globalen Kommunikationsnetzes hören können, sondern weil sie sich parallel und zeitgleich auf verschiedenste Domänen beziehen. Kunstraub, Gebeine, koloniale Menschenrechtsvergehen, Sklaverei. Und noch eine andere Grenze ist durchbrochen worden. Das Kriterium, wie lange ein Unrecht zurückliegt, hat in jenem Moment seine einschüchternde Relevanz verloren, da sich das moralische Prinzip durchsetzt, dass kein Unrecht je vergangen ist, solange es nicht von seinen Verursachern anerkannt wird. Dies alles zusammen macht den Wind aus, der um den Globus geht, eine neue Zeit, in der sich das Kräfteverhältnis politisch und moralisch zu Ungunsten der ehemaligen Kolonialmächte verschiebt, vor allem der europäischen Staaten und Gesellschaften. Wer sich unter diesen Umständen weigert, für die Vergangenheit Verantwortung zu übernehmen, spielt gegen die Zeit. Der Leiter einer Kommission, in der sich die 15 karibischen Staaten zusammengetan haben, prophezeit, die globale Bewegung für Reparationen werde die größte Gerechtigkeitsbewegung des 21. Jahrhunderts. Und so geschehen nun seltsame Dinge. Britische Universitäten entdecken, dass sie in früheren Jahrhunderten von Sklavenhändlern mit großen Summen gefördert wurden und sie legen als Wiedergutmachung Fonds für migrantische Studierende auf. Die Regierung in Kopenhagen bemerkt gleichfalls mit gehöriger Verspätung Dänemarks dunkle Rolle im Handel mit Versklavten und entschuldigt sich vorsitzhalber bei den Menschen in Ghana. Sind das nur Bemühungen billig davon zu kommen? Nachholen der später Gerechtigkeit zu verlangen bleibt auch heute eine mühevolle Anstrengung, zumal wenn es um die großen Verbrechen geht, die noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts geschahen. Die Weigerung des offiziellen Italien, die Gräueltaten der Mussolini-Ära in der Kolonie Abyssinien, heute Äthiopien, anzuerkennen, machte Francesca Melandri zum Gegenstand ihres Romans Alle außer mir. Schonungslos bohrt sie sich in die Vergangenheit, ersprach sich selbst und ihren Lesern nichts, nicht die sexuelle Gewalt, die alles durchzieht, nicht das Giftgas gegen abyssinische Gebäuerinnen. Auch das offizielle Belgien kann einen klaren Blick auf die Millionen von Toten im Freistaat Kongo noch nicht ertragen und verschanzt sich hinter einem aufwendig umdekorierten Kolonialmuseum mit sagenhaften 180.000 Objekten, deren Transfer nach Kinshasa die Kongolesen bereits am ersten Tag der Unabhängigkeit verlangt hatten. So lässt sich die postkoloniale Globalisierung auch als ein Nebeneinander vieler Bühnen beschreiben, auf denen im Ringen um die Zeitgeschichte die unterschiedlichsten Stücke aufgeführt werden. In der Londoner Downing Street sangen betagte Männer und Frauen aus Kenia Freiheitslieder aus den 50er Jahren. Es waren Vertreter der Mau-Mau-Bewegung, deren Widerstand die Briten grausams niederschlugen, als das Ende der Kolonialzeit bereits am Horizont dämmerte. Die alten Leute, manche eingereicht wegen Folter, Kastrationen und der Vergewaltigung von Frauen mit Behältern voll kochendem Wasser. Solche Details zu nennen, ist furchtbar. Vielleicht sollte ich darauf verzichten und mir selbst den Schmerz beim Schreiben ersparen. Aber wie die Autorin Melandri bin ich der Ansicht, junge Europäer von heute sollten wissen, wozu unser Kulturkreis fähig war. Dort, wo nach einem Wort von Franz Fanon die Wahrheit nackt ging. Was die betagten Männer und Frauen betrifft, die in der Downing Street sangen, die Verbrechen an ihnen waren aus Sicht des High Courts nicht verjährt. Um eine weitere Behandlung der Klage abzuwenden, lenkte die Regierung ein und gewährte 5000 Mau-Mau-Veteranen eine bescheidene Entschädigung. Was wäre, wenn nun alles auf den Tisch käme? Alle offenen Rechnungen der kolonialen Epoche? Ein Gericht in Den Haag verurteilte den niederländischen Staat, weil seine Soldaten 1947 im indonesischen Unabhängigkeitskrieg einen großen Teil der männlichen Bevölkerung eines Dorfes exekutiert hatten. Dieses Massaker von Raghavedi lässt sich nach Umständen und Opferzahl vergleichen mit dem Massaker von Oradour, vier Jahre vorher, 1943, auf französischem Boden durch die deutsche Waffen-SS Oradour wird gedacht, der Bundespräsident war vor einiger Zeit da. Wie setzen wir beides in Beziehung? Haben europäische und außereuropäische Tote dauerhaft einen unterschiedlichen Wert? noch zwei kleine Stücke? Oder wird es zu viel? Ja, oder wird es zu viel? ein Prozent noch eins ist das das ist auch das ist ist das das ganz das die Hashtag, wie sprechen jenseits des Westens? Wenn wir uns tatsächlich berühren lassen von den großen Veränderungen im Angesicht der Welt und der Menschheit, dann senkt sich Zweifel in alles Sprechen. Worte haben ihre Tauglichkeit verloren, Begriffe gleiten uns wie leere Hüllen aus der Hand. Was muss neu definiert werden? Was in Gänze verworfen? Was etwa tun mit dem Absolutheitsanspruch von Geschichte? Schreitet sie wirklich auf einem linearen Zeitstrahl voran? Nicht für alle. Und dann die Entwicklung, Entwicklung ganzer Länder und Gesellschaften. Wer diesen Begriff akzeptiere und sich der ihm innewohnenden Bekehrungsmission unterwerfe, sei bereits verloren, notierte einmal der kamerunische Jesuit Fabien Ebusy Bulaga. Und schließlich der Westen. Wie gegen meinen Willen unterläuft mir das Wort beim Schreiben, aus Mangel an Fantasie für Besseres oder aus Furcht andernfalls nicht verstanden zu werden. Und damit ist man mittendrin. Diese Begriffe sind ideologische Vereinbarungen, die ganze Epochen und komplexe Erfahrungen auf einfache Grundmuster kondensieren und in massenhafter Komplizität für gültig erachtet werden. Es handelt sich um das unausgesprochen gemeinsame, um das gefühlte Wo-Sein in der Welt. Wer die Vereinbarungen verlässt, verlässt den Mainstream des Sprechens und Verstandenwerdens. Und kein Sprechen war je so hegemonial wie das Westliche. Gegenwärtig stehen wir wie an einer Bruchkante. Die Hegemonie verfällt. Aber das Sprechen jenseits davon hat noch keine Ausdrucksform gefunden. Ich beschreibe dann in dem Kapitel, wie das Thema westlich und weiß eigentlich zusammenhängt, aber das lasse ich jetzt einmal weg. Die globale Macht des westlichen Narrativs ist gebrochen, aber wir wissen noch nicht, wie die Welt anders von sich erzählen kann. Wie können polizentrische Erzählungen für die jeweils anderen verständlich sein? Wie können sie sich aufeinander beziehen? Die Alternative zur westlichen Hegemonie muss nicht die Kakophonie der Propaganda sein. Es wird jetzt wieder vermehrt vom globalen Norden und globalen Süden gesprochen. In dieser Tonlage schwingt die ungleiche Verteilung des Reichtums mit. Doch das Künftige liegt noch nicht sichtbar hinter diesen Großvokabeln. Um die Erzählungen der anderen und ihr Wo-Sein in der Welt zu verstehen, sind wir Bewohner der Ex-Hegemonialsphäre vermutlich am schlechtesten gerüstet. So wie Menschen, die stets in einem Überfluss an elektrischer Beleuchtung leben, die Ersten sind, die im Dämmerlicht nichts mehr erkennen können. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein pessimistischer Schluss vielleicht für deine Lesung. Deswegen die Frage, was gewinnen wir, wenn wir uns verabschieden von der weißen Dominanz? Zeit. Also ja, tatsächlich, man könnte sagen, wir gewinnen Zeit, indem wir uns auf etwas einstellen, was ohnehin passiert. Man könnte auch sagen, wir gewinnen Format, indem wir versuchen, uns einer Situation zu stellen und nicht nur von ihr getrieben zu werden. Zum anderen denke ich, es klingt vielleicht übertrieben, aber irgendwann kann das auch durchaus eine Art Überlebensfrage sein, ob wir nämlich, was ich eben schon mal erwähnte, ob wir sozusagen die Art von gesellschaftlicher Verschärfung, die Art von einem extremen Rassismus, Antisemitismus und so weiter, der als ein extremes Weißsein irgendwie auf uns zukommt, ob wir in irgendeiner Weise darauf eine Antwort geben können. Und es kann nicht eine Antwort sein, die von einer kleinen Minderheit von Menschen, die alle Migrationshintergrund und dieses und jenes haben, kommt, sondern es muss eine Antwort sein, die aus der Mitte der Gesellschaft, ich sage jetzt mal aus der weißen Mitte der Gesellschaft herauskommt. Sonst ist es eine viel zu große Herausforderung, sonst müsste man wirklich schwarz sehen. Ja, aber Entschuldigung, zum Thema schwarz sehen gibt es ja auch ein Hashtag. Schwarz ist nicht immer negativ. Wir haben uns ja eigentlich überlegt, ob wir auch noch mal kurz über dein Kapitel zu Shoah sprechen, vielleicht jetzt auch eher im Gespräch, weil was mir sehr gefallen hat an dem Kapitel ist, dass du wirklich noch mal darauf verweist, wie sich jüdisch sein in Deutschland nach 1945 verändert hat, was geschehen ist mit der Einwanderung russischer Juden nach Deutschland und welche Vielfalt eigentlich da ist, die wir vielleicht auch nicht zur Kenntnis nehmen, weil sozusagen die ganze Debatte, was ist antisemitisch, eigentlich alles überlagert, was doch an sehr, sehr unterschiedlichen Diskursen auch unter Juden in Deutschland, deutsche Juden, jüdische Deutsche, wie auch immer, stattfindet. Und da war so ein bisschen meine Angst, dass wir sozusagen die Erfahrung aus der Erinnerungskultur, die auch ihr Gedächtnistheater hat, aber eben auch natürlich, glaube ich, sehr wichtig ist für einen neuen postkolonialen Diskurs in Deutschland, dass da eine Gefahr besteht, dass das möglicherweise jetzt da ein Sprachsprechen auch eingeschränkt wird. Also ich versuche eigentlich in dem Buch insgesamt den Faden, was bedeutet speziell deutsche Geschichte, was bedeutet Shoah in dem Ganzen, immer etwas mitlaufen zu lassen. Manchmal sichtbarer, manchmal nur ganz dünn, weil ich tatsächlich denke, dass obwohl es natürlich viele Gemeinsamkeiten im Gästen des Prozesses in allen europäischen Ländern gibt oder auch noch USA eingeschlossen, in westlichen Ländern, aber trotzdem, denke ich, müssen wir mal davon wegkommen, dass wir sozusagen die antirassistischen Diskurse anderer Gesellschaften oder so kopieren, sondern ich denke, wir müssen das schon auch in den Rahmen stecken, der für uns doch von so großer Bedeutung ist, nämlich in den Rahmen dessen, was nun das schlimmste Ereignis der deutschen Geschichte war und eben kein Vogelschiss, sondern ja etwas anderes. Und ich muss selber sagen, das bedeutet einmal, dass wir, glaube ich, schon uns etwas mehr beschäftigen müssen mit dem Zusammenhang von Kolonialismus und Shoah. Das haben nun einige getan, auch mit dem wissenschaftlichen Streit ja darum, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Genoziden. Für mich war aber zunächst mal wichtig, das mal zu realisieren, dass ja da nicht so große Zeiträume zwischen liegen, sondern dass natürlich zwischen dem Verlust der Kolonien und dem Beginn des Nationalsozialismus, das waren 15 Jahre. Und trotzdem haben wir diesen völlig anderen Umgang in der Erinnerungskultur damit oder in dem kollektiven Gedächtnis. Und das so Banale, dass es eigentlich nur 15 Jahre dazwischen liegen, in dem Maße, wie mir das erstmal bewusst geworden ist, und man dann sagt, die Deutschen haben zwei Genozide begangen, das ist nicht etwas, das kann nicht jemand wie ich einfach so dahin sagen. Das sind Aussagen von einem wahnsinnigen Gewicht, auch für einen selber, für die eigene Existenz irgendwie in diesem Land. Und deshalb liegt mir erstmal daran, dass man wirklich auch mit großer Ernsthaftigkeit und mit Sensibilität sich diesen Themen zuwendet und nicht in so einem flachen, wie das zum Teil dann beim Thema Namibia, dass man gesagt wird, ja, und dann behauptet immer noch jemand, es war kein Genozid, es war doch einer, es war doch einer, so als man fast schon stolz drauf wäre, noch einen zu haben in der Geschichte. Also da fehlt mir eigentlich sehr viel einfach an Sensibilität. Und das andere ist, wie sich eben halt durch die, durch Deutschland als Einwanderungsgesellschaft in Zukunft ändert, was wir als Verantwortung aus der Shoah empfinden. Also wie das praktiziert wird, wie das gesehen wird, welche Rolle Israel dabei spielt oder auch nicht mehr spielt und so weiter. Das gehört natürlich beides zusammen, aber es sind, glaube ich, erstmal, man kann nicht immer alles zusammendenken und zusammen besprechen. Also auch hier habe ich alles in dieser Partikelweise versucht zusammenzustellen. Und ich denke, wir sind da eigentlich in einer wirklich bedauerlichen Verengung, weil auf der einen Seite eine neue Judenheit eigentlich entstanden ist aus denen, die eben eingewandert sind. Und zugleich aber sozusagen die alte Judenheit, die sich halt im Zentralrat niederschlägt, sich in einer Weise zum Verfechter Israels irgendwie entwickelt hat, wie das eben halt frühere Zentralratsvorsitzende ja auch überhaupt nicht gemacht haben. Also auch da, wenn man den Vorteil hat, dass man schon auch die deutsche Zeitgeschichte schon ein paar Jahrzehnte länger mit, also auch aktiv sozusagen, aktiv beobachtend mitbekommen hat, weiß man ja, dass welche Entwicklung es gegeben hat und dass man auch nicht alles heute als so gegeben akzeptieren muss, wenn man weiß, wie es entstanden ist. Und ich komme eigentlich in dem Kapitel zu dem Schluss, dass ich denke, dass es eine neue Art des Umgangs, also dass die Einwanderungsgesellschaft wird eine andere Art des Umgangs mit der Shoah entwickeln, wo sozusagen das speziell Deutsche nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, was die Verantwortung angeht. Natürlich bleibt es eine deutsche Geschichte, was die Täterschaft angeht, aber ich stelle auch einige Ansätze vor, wie, was mich sehr beeindruckt hat, wenn zum Beispiel türkischstämmige Anwälte jetzt in NS-Prozessen jüdische Holocaust-Opfer verteidigen und so etwas und wie sie das begründen. Das sind ganz neue, das sind eigentlich neue Phänomene, die ich sehr ermutigend finde und an denen man viel mehr weiterdenken sollte und nicht immer dabei stehen bleiben, dass man irgendwie über BDS und all das irgendwie redet. So, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir in die Diskussion gehen unter Fragen an Charlotte Wiedemann. Thomas, macht das Saalmikrofon hier vorne? Es kommt ein Mikrofon. Ich bin selber Museumsmensch, deswegen würde mich interessieren, ob in Ihrem Buch was steht oder Sie darüber nachgedacht haben, wenn diese, also wenn man dieses Jahr noch mal dargestellt hat, wie diese Völker verachtet, ausgebeutet, misshandelt und so weiter. Wieso hat man dann so ein Interesse daran entwickelt, die Sachen von denen zu bekommen? Vielleicht sammeln wir ein bisschen, oder? Ich habe hier hinten noch eine Wortmeldung. Danke, Klaus Pilgram, Rentner. Also es waren schöne Passagen, kann ich so einfach sagen, ohne das Buch natürlich gelesen zu haben. Abschied von der weißen Dominanz. Ich habe mich gefragt, ist das eine Feststellung? Passiert dieser Prozess? Ist das eine Forderung? Soll das passieren? Ist das eine Prophezeiung? Wird das passieren? Wir können machen, was wir wollen. Ist mir nicht so ganz klar geworden. Was mir klar geworden ist, ist, dass viel von den Dominierenden gesprochen wird. Aber wo es Dominierende gibt, da gibt es eben auch Dominierte. Und da habe ich eigentlich nicht viel bekommen. Und wenn, dann wie beim Völkermord oder so, dann haben die also keine Rolle gespielt, in dem Sinne, dass sie aktiv waren, sondern sie mussten viel erleiden. Wenn ich an die Rückgabe der Kulturgüter denke, die wollen auch eine große Rolle spielen im Buch, dann halte ich das natürlich für richtig und wichtig. Aber hat das nicht einen Symbolcharakter, wenn man daran dringt, was die internationalen Wirtschaftsbeziehungen ausmachen. Da ist doch Kulturgüter, ist doch eine minimale Geschichte und die auch nicht viel ändert in dem Zusammenleben der Gesellschaften von den Dominierten und den Dominierern. China hat jetzt ein bisschen aufgeholt, aber ansonsten sind doch die Beziehungen so dominant wie immer zugunsten der Weisen. Ja, vielleicht kann ich auch auf diese beiden Fragen ein bisschen zusammen antworten. Zunächst mal, als Sie die Varianten aufgezählt haben, was der Abschied alles sein kann, es kam nicht vor Wunsch. Wunsch, es ist mein Wunsch. Da kann das andere Teile von dem, was Sie auch genannt hatten, durchaus mit reinkommen, aber es ist vor allen Dingen auch mein Wunsch. Das Buch legt schon den Schwerpunkt auf uns, also in dem Sinne auf die Dominierer oder die Ex-Dominierer, die Ex-Dominanten oder auch immer noch Dominanten. Da haben Sie völlig recht. Es ist eben ein Buch, was sich ja an diejenigen wendet, die sozusagen die Abschiednehmenden sein könnten oder auch die Vertriebenen aus der Dominanz sein werden. Es ist nicht ein Buch, was über die Opfer des Kolonialismus zum Beispiel geschrieben ist, sondern es handelt von uns hier, von den Leuten, die hier im Saal sitzen. Ja, von Ihnen, von mir. Was die Kulturgüter angeht, denke ich, auch da ist immer die Frage, in welche Richtung man guckt. Ich denke schon, dass diese ganzen Sammlungen für uns schon eine ziemliche Bedeutung haben. Sonst gäbe es ja auch nicht so ein ellenlanges Gezerre darum. Ich habe im Buch versucht, etwas zu beschreiben, was diese Art von Sammlungen und diese Art von Museen in unserem Selbstbild zu tun haben. Das andere ist natürlich, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, was sind auf der Waage von Macht und Einfluss, was sind die Kulturgüter im Vergleich zu den Wirtschaftsbeziehungen, zu den Konzernen. Völlig richtig. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass Macron so nach vorne gegangen ist mit seiner Initiative, jetzt sollten alle europäischen Museen ganz schnell etwas zurückgeben, weil Frankreich um seinen Einfluss in Afrika nicht nur fürchtet in der Konkurrenz zu China, sondern schon dabei ist, ihn weitgehend zu verlieren. Und man kann als ein kleines Symbol sehen, dass China in Dakar im Senegal, also den Senegalesen schon, ein Museum geschenkt hat, ein leeres Museum, wo sie dann die Sachen reinstellen können, die sie von Frankreich zurückbekommen. Aber natürlich kann man auch sagen, dass sozusagen Rückgabe von Kulturgut kann dazu dienen, eigentlich nur neue, andere neokoloniale Wirtschaftsbeziehungen wieder zu fördern oder zu flicken, wie auch immer. Also ich sage ja auch nicht, dass die Dominanz, die weiße Dominanz in dem ganzen Wirtschaftsbereich bereits weg wäre. Natürlich ist sie das nicht. Wieso sind Projekte von Menschen, die man für wertlos hält? Warum sind die so wichtig, dass man sie nach Europa holt? Ob Sie darüber nachgedacht haben oder ob Sie darauf eine Antwort haben. Denn rein vom Materiellen sind das Dinge aus Holz. Holz ist eigentlich nichts wert. Und warum ist auf einmal dann so eine Plastik oder sowas von einem afrikanischen Stamm, den man ansonsten niedermacht und sonst macht, warum will man die unbedingt haben? Und warum hat man so viele Objekte geholt? War das wissenschaftliches Interesse? Was war das Interesse dahinter? Das würde mich interessieren. Naja, es war natürlich schon Teil das, was man damals für wissenschaftliches Interesse hielt. Und dass man davon ausging, es gibt eine bestimmte Skala von Völkern und man kann hier noch Naturvölker erforschen. Man kann hier quasi etwas erforschen, was wir, die Europäer, vielleicht so in Urzeiten auch mal gewesen sind. Das war ja das eine, das Verständnis sozusagen dieser Schichtungen der Entwicklung von Völkern, wo es eben Naturvölker und Kulturvölker gibt. Das andere war aber auch, was ich speziell eigentlich interessanter finde, ist, dass man die Ungleichzeitigkeit eigentlich immer festgehalten hat. Also diejenigen, deren Sachen gesammelt wurden und wir, die wir sie sammelten, wir haben eigentlich nie in der gleichen Welt gelebt. Also man hat diese Dinge auch in die Vitrine gestellt, um zu zeigen, ich will jetzt nicht das Gleichsetzen mit diesen alten Menschenzoos und Völkerschauen das nicht. Das ist ein Unterschied, ob man ein totes Objekt ausstellt oder ob man einen Menschen dazu zwingt, sich ausstellen zu lassen. Aber eine gewisse Haltung dahinter ist natürlich schon verwandt, nämlich diese Differenz zu konstruieren. Und ich glaube schon in einer gewissen Weise, auch wenn heute viele Leute in diese Sammlung gehen mit einem anderen Interesse, um halt auch zum Beispiel ihren Kindern zu zeigen, was für schöne afrikanische Dinge da hergestellt worden sind und sowas, dann ist es trotzdem immer noch so, dass dieses Denken in dieser Ungleichzeitigkeit, wir und sie, wir sind nicht auf der gleichen Stufe, dass das doch sehr stark in uns drin ist. Und deshalb finde ich diese ganze Diskussion um die Rückgabe auch sehr interessant. Guten Abend. Ich habe eine Frage zu diesem Begriff Reise in Bezug auf Sklaventransporte. Und auch, wie haben Sie es genannt, die Umsiedlung von zwölf Millionen Menschen? Wie war Ihre Bezeichnung dafür? Erzwungene Migration, oder? Bitte? Erzwungene Mobilität. Ja. Also für mich hat eine Reise was Positives. Man kommt irgendwo hin, erlebt hoffentlich was Schönes, Neues. Aber auf diesen Reisen sind ja ein Haufen Menschen gestorben. Und ich verstehe nicht so ganz, warum Sie die Notwendigkeit sehen, da diesen Begriff einzuführen. Mir drängt sich dann auch die Frage auf, würden Sie dann auch die Transporte in der Auschwitz als Reise bezeichnen? Oder wie ist das zu verstehen? Naja, ich würde nicht unbedingt das Reisen als so positiv konnotieren. Ich meine, früher sind sehr viele Menschen ständig gereist, um irgendwie Arbeit zu finden, um zu überleben, auch in Europa. Also von der, wir sollten glaube ich jetzt nicht unbedingt von einem Reisebegriff ausgehen, der so aus dem TUI-Katalog kommt. In der Tat, wenn man sich in Berlin dieses Bahngleis anguckt, was ja nun als Gedenkort eingerichtet ist, und wo direkt daneben Häuser stehen, ich erwähne das auch im Buch, haben anscheinend die Leute, die in diesen Häusern wohnten, haben anscheinend den Abtransport der Menschen von diesem Gleis tatsächlich auch als eine Form von Reisen anscheinend angesehen. Natürlich tue ich das nicht. Es geht mir auch nicht darum, irgendetwas als positiver zu machen, als es natürlich war, sondern ich behandle das in dem Kontext von Mobilität. Und wo ich die Begriffe schwarze und weiße Mobilität einführe, jetzt nicht als Hautfarbe, natürlich nicht als Hautfarbe, sondern als die Mobilität derer, die weiße Mobilität derer ist die, die sozusagen haben, für die einfach die Bewegung nochmal Ausdruck ihres Habens ist. Und für die anderen ist sozusagen die Bewegung Ausdruck dessen, dass sie erstmal Status gewinnen möchten, dass sie Rechte haben möchten, dass sie sich bestimmte Lebenschancen aneignen möchten. Und in diesem Zusammenhang war es für mich interessant, auf die erzwungene Mobilität von Versklavten so zu blicken, dass man sie nicht als Güter ansieht, sondern dass man sie erstmal in Beziehung setzt zu anderen Formen von Mobilität, sei sie freiwillig oder erzwungen, die wir heute erleben bei Flüchtlingen. Da ist ja auch immer die Frage, was ist irgendwie freiwillig? Wenn ich aus einem Kriegsgebiet komme, reise ich ja auch nicht freiwillig. Also das ist der ganze Kontext, aber ich verstehe Ihre Bedenken und respektiere sie. Hallo, mein Name ist Helena Lühr. Sie reden von einem Wunsch nach einem Abschied der weißen Dominanz, den ich auch persönlich auf jeden Fall teilen kann. Jedoch sehen wir ja in unserer Gesellschaft viele rechte Gruppen oder noch nicht mal nur rechte Gruppen, sondern auch viele Gruppen der bürgerlichen Mitte zum Beispiel, die diesen Wunsch nicht teilen würden. Also würde ich sagen. Und haben Sie da Ratschläge, wie man mit diesen Gruppen und diesen Personen in Dialog treten kann, um sie vielleicht zu überzeugen und überhaupt auch Gespräche zu führen, ohne sie zu verschrecken? Oder vielleicht, ich habe auch oft das Gefühl, dass solche Gespräche eher dazu führen, dass solche Gruppen komplett zumachen und vielleicht noch weiter an den rechten Rand drücken. Und ja, vielleicht haben Sie da Ideen. Also ich fühle mich jetzt für diese Frage mit rechten Reden oder so jetzt eigentlich nicht so kompetent. Ich habe eigentlich unter verschiedenen Aspekten versucht, schon auch zu sagen, dass wenn Leute heute verunsichert, angstvoll und auch zum Teil sehr dumm auf diese Umbrüche reagieren, dass man zunächst einmal sagen sollte, diese Umbrüche sind real, sie sind da. Denn es gibt ja auch so einen Zungenschlag eigentlich in der ganzen öffentlichen Debatte, dass man immer so tut, als wenn diejenigen, die sich, wie auch immer man sie nennen will, als Modernisierungsverlierer oder als, egal, jedenfalls als Leute, die jetzt nicht gerade auf der privilegierten Seite des Lebens stehen, dass deren Ängste völlig unberechtigt seien, eigentlich erfunden seien. Und das sind sie natürlich, wenn wir jetzt nur alleine auf die Migration jüngeren Datums gucken, dann sind natürlich die Ängste, die sich immer noch an die Flüchtlinge von 2015 knüpfen und so, sind natürlich herbeigeredete und aufgeputschte Ängste. Wenn wir aber auf die Gesamtsituation gucken und ich denke auch jemand, der jetzt vielleicht nicht meine Bücher liest oder der auch nicht das Vokabular vielleicht unbedingt hat, um darüber so zu reden, wie wir es tun, kann trotzdem diese große Verunsicherung empfinden. Und es ist natürlich eine extreme Weise, darauf zu reagieren, wenn man das so tut, wie halt der Attentäter von Halle oder Neuseeland. Aber andere tun es in einer viel, viel minderen Weise. Und ich bin jetzt erstmal nicht diejenige, die sagen kann, wo man noch spricht und wo man nicht mehr sprechen sollte. Das können andere wesentlich kompetenter beurteilen. Ich denke aber nur erstmal, dass wir vielleicht, wenn wir insgesamt ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es eben halt diesen Umbruch wirklich gibt und dass es auch diesen Statusverlust von uns Alteingesessenen tatsächlich gibt, dass wir vielleicht manche Dinge auch etwas sachlicher besprechen könnten. Ja, also vielleicht kann ich unmittelbar anknüpfen an die Ausführungen jetzt. Ich würde zu Anfang gerne nochmal sagen, ich habe Ihnen unglaublich gerne zugehört. Das war auf unterschiedlichen Ebenen sehr beeindruckend, was Sie uns vorgestellt haben. und was ich mich frage, ist so ein bisschen danach, gibt es für Sie eine Idee, die den Modus dieses Abschiednehmens beschreiben könnte? Also sozusagen, das Abschiednehmen als Wunsch kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber in welcher Haltung betreiben wir das, wenn ich es verbinde, dass die Idee des Abschiednehmens mit der Idee des utopischen Raums, sind es alte, neue Solidaritäten? Ist es irgendwie, also sind es Menschheitswünsche? Ist das irgendwie Empathie und Solidarität? Ist das so etwas Gutes, Altes wie Antikapitalismus, alternative Ideen von Leben, Weltsein, Weltgemeinschaft? Weltgemeinschaft? Also sozusagen, was ist das jenseits all der Brüche, die ich total gut nachvollziehen konnte, wie Sie sie beschrieben haben, was uns positiv treiben kann und was vielleicht auch ein bisschen hinter Katjas Frage gestanden hat, nochmal, was gewinnen wir? Was ist das, also was sich auftut, wenn wir diesen Abschied vornehmen? Und ja, gibt es irgendwie so einen Modus, der uns verbinden könnte in diesem Abschied nehmen? Ja, es ist natürlich so, dass, wie ich am Anfang sagte, dass ich nicht zufällig das Buch in so kleinen Miniaturen und so geschrieben habe, weil ich natürlich diesen ganz großen Wurf natürlich nicht leisten kann. Ich habe nur auch hier ein paar Artikel vielleicht wieder geschrieben, einmal, was das Teilen irgendwie angeht und ich muss sagen, dass ich schon eigentlich, man wird ja immer beim Buchschreiben eine gewisse Weise von manchen Dingen, die passieren, irgendwie auch überholt und die Art und Weise, wie sich die ganze Klimawandeldebatte sozusagen verschärft hat und wie schnell das geht und wie plötzlich, wie radikal Dinge in Frage gestellt werden und dass man plötzlich nicht mehr vom Fleischkonsum der Chinesen redet und so, das fand ich schon überraschend. Das hat mir aber auch gezeigt, also, dass die Dinge möglich sind, wenn es nur auch mal Gruppen gibt, in diesem Fall ging es dann halt von jungen Leuten aus, die einfach diesen extremen Druck machen und nicht nachlassen. Also, das ist das Teilen. Das andere ist, dass ich von neuer Bestimmung, von Bürgerschaft und von Solidarität spreche, was natürlich jetzt auch weit über meine Kompetenz hinausgeht, dass man eben auch Solidarität nicht mehr alleine sozusagen in der weißen Arbeits- oder Arbeiterwelt bestimmen kann und dass eben auch Bürgerschaft, ich wiese schon darauf hin, wie das Verständnis von Menschenrechten auseinandergegangen ist, dass man eben auch eigentlich ein neues Verständnis dessen entwickeln muss, was sozusagen Bürgersein bedeutet. Wenn wir das nicht mehr alleine national bestimmen können, also wie bestimmen wir es dann? Aber das sind natürlich alles riesige Zukunftsfragen und da hoffe ich, dass da andere daran arbeiten. Da hinten noch einer. Gerhard Moser, DGB Rüsselsheim. Sie haben einmal den Begriff Entwicklung gestreift. Geht es ein kleines bisschen lauter? Sie haben einmal den Begriff der Entwicklung gestreift, der ja eigentlich schon seit den 90er Jahren analysiert wurde als ein Begriff, der eben genau den Westen als dominant definiert und Teile der Welt als unterentwickelt festschreibt und als solcher Begriff auch nichts anderes als eine Verwestlichung der ganzen Welt auf dem Weg der sogenannten Entwicklungshilfe vorantreiben sollte. Und eine Frage wäre, wie Sie den Stand des Abbaus dieses dominanten Diskurses sehen. Die zweite Frage wäre, diese ganzen Kritiker aus dieser Strömung, so Escobar, Gilbert Rist, Ivan Illich und andere, haben sehr stark auf soziale Bewegungen gezählt als Möglichkeit zur Überwindung dieses Zustands. Glauben Sie auch, dass soziale Bewegungen eben eine starke Rolle in dieser Transition weg von der weißen Dominanz spielen können? Das wäre die zweite Frage. Also ich würde da auch gerne wieder mit dem Hinweis auf meine begrenzten Wortmittel antworten. Ich habe mich eigentlich, ich wende mich eigentlich in dem Buch, vielleicht liegt es auch daran, dass es eben halt ein Buch ist, erst mal an Individuen. Also ich würde erst mal die Hoffnung, die ich mit dem Buch verbinde, als erfüllt ansehen, wenn Leute, die das Buch lesen und einfach für sich selber als Individuen daraus irgendwie Schlüsse ziehen. Dass natürlich große Veränderungen nicht allein dadurch zustande kommen, dass Individuen Bücher lesen und für sich persönlich Schlüsse ziehen, das ist mir auch klar. Aber ich kann tatsächlich jetzt auf Ihre Fragen so nicht antworten. Tut mir leid. Gibt es auch noch, aber ich finde es schade, dass eigentlich so wenig Fragen kommen. Ich bin noch hier und antworte gerne und vielleicht gibt es auch Fragen, die ein bisschen kleiner sind, auf die ich dann antworten kann. Ja, ich möchte Ihnen erst auch nochmal danken, das finde ich ganz wunderbar ausgedrückt, was mir schon lange auf der Zunge lag, aber was ich nicht in Worte fassen konnte. Ich habe eine Frage zu Ihrer, Sie sagen, wenn Sie sagen von wir, wir reden von wir oder von den Weißen, dann reden Sie von Europa und auch von den USA und die Frage ist, wir waren neulich gerade auf einer anderen Konferenz, wo die auch die Frage aufkam, ist es nicht schon Teil des ganzen Dominanzprojekts und auch der Ideologie, Europa sich weiß zu denken und auch die USA sich weiß zu denken, die USA ohnehin, die von Anfang an nicht weiß. Und die Frage ist, sich anzuschauen, ob die europäische Geschichte auch in den 500 Jahren Kolonialgeschichte durchaus nicht nur weiß war, wird es aber einfach nicht sehen und auch jetzt nicht sehen und ob ein Abschied von der Dominanz nicht auch da anfängt. Also der Einwand ist erstmal richtig. Ich laviere in dem Buch auch immer hin und her etwas zwischen verschiedenen Wirs eigentlich und adressiere mich eigentlich in der Regel an die Alteingesessenen, was natürlich aber auch ein schwammiger Begriff ist. Auf der anderen Seite, wenn man das jetzt aber sehr stark so weiterdenkt, wie Sie es getan haben, kann man eigentlich so ein Buch nicht mehr schreiben, weil dann geht einem so ein bisschen auch diese Trennschärfe verloren, die man aber andererseits haben muss, um überhaupt mal zu sagen, worum es jetzt geht. Verstehen Sie? Also wenn ich jetzt, ich hatte ja erwähnt, dass ich früher auch nicht so viel von Weiß gesprochen habe. Ich habe zwar schon mal vor sieben Jahren habe ich ein Buch geschrieben, das hieß Vom Versuch nicht Weiß zu schreiben, wo ich meine eigene berufliche Praxis reflektiert habe und das ist noch sehr wenig verstanden worden eigentlich damals, warum überhaupt das Wort verwandt wird. Was auch im Buch gar nicht so oft vorkam, aber als Titel hatte ich mir das gewünscht. Aber in diesen sieben Jahren hat sich viel getan eigentlich. Also ich glaube schon, dass auch richtigerweise das Bewusstsein unseres Weißseins irgendwie gewachsen ist. Und zwar jetzt nicht in einer Weise, dass wir sozusagen unsere eigene Gemischtheit dabei verleugnen würden. Also das steht natürlich auch alles irgendwo, dass wir ja eigentlich die Promenadenmischung Europas sind, gerade wir Deutschen. Dass wir natürlich nicht irgendwo rein sind und alles das. Aber ich denke schon, dass wir nicht darum herumkommen, uns mal mit unserer Prägung durch Kolonialismus, durch europäische Expansionen, durch europäische Wissenschaftsbegriffe, Geschichtsbegriffen, all das wirklich einmal gründlich auseinanderzusetzen. Und das ist ja, wir verurteilen das zwar, also es ist jetzt soweit angekommen, dass irgendwie in Museen steht, naja, Rassismus war nicht wissenschaftlich und so etwas, aber in Schulbüchern ist davon immer noch wenig angekommen. Und es ist immer noch so, dass auch zum Beispiel in Frankreich, die Leute lernen dann etwas über Entkolonialisierung, sie lernen aber gar nichts darüber, wie es eigentlich zum Kolonialismus gekommen ist. Also da sind ja immer noch ganz, ganz große Lücken und solange es die so gibt, denke ich, ist es richtig irgendwie erstmal das Weißsein aufs Korn zu nehmen. Ja, also ich wollte nur mal antworten, klar, natürlich, das ist also genau die Absicht, aber ist das nicht eine Konstruktion auch die, ich meine, Kolumbus ist gestartet, glaube ich, drei Monate nachdem sozusagen die letzten Muslime aus dem aus Granada vertrieben wurden. Sozusagen die, die, das, und in dem Moment wurde Europa weiß konstruiert, katholisch, christlich, westlich, also diese ganze Idee, was Europa ist, natürlich ist es eine real existierende, die ihre Auswirkungen hat und die 500 Jahre weiter besteht, aber ich überlege immer, ob wir nicht wieder zurück, also auch nochmal eine andere Idee von uns entwickeln müssen, um Abschied nehmen zu können. Guten Abend, Christian Lix ist mein Name. Ich wollte auf zwei Punkte hinweisen, das eine, es ist zwar am Brand erwähnt worden, aber für mich ist sicher ein ganz zentraler Punkt, wir müssen natürlich über den Schmerz reden, der das verursacht. Der Verlust von Macht, der Verlust von Dominanz, der Verlust von Position ist mit großen Schmerzen verbunden. Das haben wir so, das geht beim sozialen Status ja genauso. Und zwar haben das zwei Hinweise dazu, das eine, Norbert Elias, der sich intensiv mit solchen Zivilisationsfragen und Kulturenfragen beschäftigt hat, hat mal gesagt, man braucht etwa 200 Jahre, um den Niedergang an der Herrschaft einigermaßen zu betrauern. Das andere, ich bin Franzose ursprünglich, ich lebe allerdings seit 40, über 40 Jahren in Deutschland und kann an bestimmten Stellen das sehr genau beobachten. Auch das Beispiel, den Brexit hat sehr viel damit zu tun. Es geht natürlich um Machtverlust. Das sind ehemalige Kolonialländer, die eine große Stellung hatten, die auf ihre Art und Weise versuchen, das jetzt kollektiv zu bearbeiten. Ich würde erst mal sehr, sehr pauschal die kollektive Ebene ansprechen. Und man kann da beispielhaft zum Beispiel sehen, wie unterschiedlich das ist. In Frankreich ist ein radikaler Statusverlust durch den Krieg in Algerien beispielsweise. Das hat sich sehr dramatisch abgespielt, bis hin fast zum Bürgerkrieg. Und es hat natürlich große Folgen gehabt, auch beispielsweise auf europäischer Ebene für die französische Haltung, für eine bestimmte Vorstellung von dem, was Europa sein könnte und so weiter. Und beim Thema Brexit ist es für mich, also für mich als Franzosen, als ehemaligen Koalitionsgesellen kann ich bestimmte Phänomene sicher anders wahrnehmen als in Deutschland. Und da ist es, da hat durchaus Deutschland, da haben Sie mehrfach darauf hingewiesen, eine Sonderstellung gewisser Weise, weil dieses Kolonialfrage eben sehr überdeckt worden ist, lange Zeit durch natürlich die Entlösung und die Vernichtung der Juden und kommt wieder über die Migrationsfrage und so weiter wieder rein. Und das ist diese Nicht-Gleichseitigkeit des Gleichseitigen, wie bei so vielen Fragen, wird das sehr deutlich für mich. Aber nochmal zu dem Punkt, es ist sehr schmerzhaft, das nicht mehr zu sein, was meinte gewesen zu sein. Und auch, das ist das Problem, dass es nicht nur die Eliten betrifft und so weiter. Insofern, das ist, sickert sehr stark bis runter in ganz andere Schichten. Das ist ja das Problem. Dass eine Frage ist, weiß ich nicht. Nein, aber ich nehme es als eine sehr interessante Ergänzung und dieses, dass ich das Stück gelesen hatte, wo es um Doris Glessing ging und die Abgrenzung zwischen die armen Weißen, die sich immer nach unten abgrenzen müssen. Und was das mit ethnischer Ehre und psychologischem Lohnen zu tun hat, das spielt ja alles natürlich damit rein. Und ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich ein sehr schmerzhafter Prozess. Ja, ich hatte eben überlegt, ob ich meine Anmerkungen jetzt noch anführe nach diesem Beitrag und habe aber gedacht, eigentlich sind immer parallel unterschiedliche Gefühle zugange. Auf der einen Seite dieses Schmerzhafte, aber als Sie eben gesagt haben, erst noch mal vielen Dank für Ihre Ausführung, vor allem auch für Ihr Buch, dass es im Grunde Ihr Wunsch ist, hat bei mir irgendwas geklingelt. Also ich habe das noch nie so für mich gedacht. Also ich kann anknüpfen an dem, was ich mitbekomme und was ich eigentlich auch sehe und auch will, aber so proaktiv zu formulieren, das ist ein Wunsch, dass das so passiert. Das macht was mit mir. Also das finde ich eine starke Inspiration. Und dann musste ich daran denken, dass diese Veranstaltungsreihe, in der das Buch jetzt vorgestellt wird, heißt der utopische Raum. Und Sie kennen wahrscheinlich diese Übergangsrituale von Van Genep und da gibt es diesen mittleren Raum, diese liminale Phase. Und das ist die Phase, wo alles möglich wird, wo unheimlich viel Kreativität drinsteckt. Und da dachte ich, wahrscheinlich sind wir schon von dem, was wir spüren, ziemlich weit in diesem Prozess, dass wir sehen, was da passiert. Und für mich ist jetzt die Frage, wenn wir jetzt vielleicht schon sogar auch in diese mittlere Phase hineinkommen, wo viel Kreativität möglich ist, wie können wir Mitgestalterinnen und Mitgestalter sein, ohne in diese alten dominanten Muster zu rutschen? Verstehen Sie, was ich meine? Also, dass wir im Grunde eigentlich von dem, was wir fühlen, vielleicht schon weiter sind, als von dem, wie wir uns kollektiv damit auseinandersetzen. Also individuell habe ich das schon öfter gedacht, aber in so einem Raum das jetzt nochmal zu erleben, das berührt mich irgendwie. Und zu gucken, wie können wir diesen Prozess mitgestalten, ohne vielleicht wieder erneut dominant zu werden? Also das finde ich für mich im Moment gerade so eine große Frage. Ich denke ja auch, dass die weiteren Veranstaltungen, die in dieser Reihe stattfinden, auch zum Teil ja auch Antworten formulieren werden auf diese Frage. Behaupte ich jetzt mal. Gab es noch einen hinten? Gab es nicht noch ganz hinten einen? Nein? Das war ja jetzt auch eigentlich ein wunderbarer Abschluss, weil ich habe doch, ich glaube, ich bin ja auch eher für Optimismus und ich glaube, dass wir viel mehr gewinnen, als wir verlieren, so wie die Patriarchen. Ja, ich fand das wunderbar, als Klaus Thewel hat gesagt, die sind doch auch froh, dass sie nicht mehr Patriarchen sein müssen, die Männer, weil sie dann ja doch in einer viel weniger Zwang leben müssen und viel weniger darstellen müssen etc. Also, dass ich doch glaube, es gibt wirklich eine ganze Welt auch zu gewinnen, wenn man sich von der weißen Dominanzkultur verabschiedet. Und ich glaube, es ist auch ein Prozess, der weltweit stattfindet. Also, ich glaube, nicht ungefähr kommen auch Leute wie Raoul Peck, der Filmemacher, zurück wieder auf alte Schriftsteller wie Franz Fanon, da dreht er, glaube ich, jetzt gerade einen Film drüber oder Baldwin. Also, dass auch wir Sachen, nicht nur wir hier Sachen neu lesen, die schon mal geschrieben wurden, die uns aber heute anders entgegenkommen. Und wenn wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben wollen, dann müssen wir das auch versuchen, so zu machen. Denn alles andere würde nur irgendwie ein rückwärtsgewandter Nationalismus sein, vor dem sich hier wahrscheinlich alle grausen. Insofern finde ich, ist der utopische Raum eröffnet. Wunderbar, danke dir. Thomas wollte noch zum Abschied was sagen. Ja, aber jetzt mal ordentlich Beifall für Schallotten. Applaus 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 Vielen Dank.